Kombi-Instrument ausbauen Erster Schritt. Das Lenkrad muss ganz heraus und nach ganz unten gefahren werden, um Platz zu schaffen. Untertitelung des ZDF, 2020 Um zu verhindern, dass die Schrauben nicht herunterfallen, drehen Sie sie nur so weit heraus, dass sie noch im Gewinde des Kombi-Instruments stecken bleiben. Sobald Sie die Schrauben gelöst haben, lässt sich das Kombi-Instrument herausziehen. Noch den Stecker abziehen und schon lässt sich das gesamte Kombi-Instrument entfernen. Untertitelung des ZDF, 2020